In den großen Preis von Berlin starten Motorräder aller Klassen und aller Herren Länder. Zum ersten Rennen sind Räder von 1600 und 350 Kubikzentimeter angetreten. Schuss! Wir stehen unmittelbar vor dem Start zum Hauptrennen, das um den großen Preis der Stadt Berlin geht. Nicht weniger als 111 Fahrer haben zu diesem Rennen Platz am Start belegt. Die Rennstrecke beträgt 12 Runden, das sind mehr als 235 Kilometer. Die Rennstrecke beträgt 12 Runden, das sind mehr als 145 Kilometer. Die Rennstrecke beträgt 12 Runden, das sind mehr als 155 Kilometer. Der Sieger ist Tom Friedrich Bullus. Die Rennstrecke beträgt 13 Runden, das ist mehr als 1.0. Das ist das WDR. Das ist's WDR. Vielen Dank.